Mahlzeit. Ich habe von einem der Männer, die ich damals um mich herum hatte in Berlin am 29.08. habe ich einen Tipp bekommen und zwar Mutunternehmer gegen Spaltung. Ich zitiere kurz, kein Impfpass nötig, Animap, Doppelpunkt, Mutunternehmer gegen Spaltung. Ich habe dann geguckt mit der Google-Suche und tatsächlich animap.info und in diesem Fall hier auf YouTube kann man nur sagen, ist denn das richtig so? Das muss man wirklich fragen, denn die Unternehmer haben ein Branchenverzeichnis gestartet und da ist es egal, es sind alle willkommen, ob Geimpfte oder Ungeimpfte, das ist vollkommen egal. Wir wollen praktisch da keine Spaltung haben und das ist auch alles richtig so und schön so. Hier ist die Seite und genauer erkläre ich das dann auf Telegram. Ich sehe unten in der Videobeschreibung, wie man da hinkommt. Wenn die Leute nur mit dem Handy beigehen, ist es ein bisschen schwerer, aber da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Ein normaler Mensch weiß das. Und zum Schluss werde ich nochmal einen Link machen auf diesen Artikel. Also, nee, geht ja gar nicht. Ich muss unten in der Videobeschreibung machen. Gut, Leute, wenn man viel weiß, dann kann man letzten Endes auch der verrückten Zeit entsprechend entgegentreten, ohne dass man Angst haben muss. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns auf Telegram wieder. Bis dann. Tschüss.